Sven, darf ich dir mal kurz mit dir testen, ob die auch gehen? Was willst du denn testen? Schwammbomben. Spieler kommen von da. Wo? Zwei auf jeden Fall. Okay. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Hunt. Showdown. Heute Teil 2 von dem Crow-Event-Start. Es wird wild, wir waren schon am Butcher, direkt zum Beginn, und haben uns dann ein bisschen vorbereitet auf andere Spieler. Und dann kamen sie auch. Wie das ausgegangen ist. Und wie viele Kids wir am Ende haben. Oder auch nicht. Und ob die Spinne noch rüberkommt. Auch das stand zur Diskussion. Seht ihr alles in dieser Folge. Viel Spaß damit. Lasst euch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und wenn nicht, dann macht es Traub-Sinn. Dankeschön. So, Sven, jetzt will ich die Leistung sehen, ja? Ja, jetzt, jetzt kriegst du keine. Wieso nicht? Erst mal rein, erst mal spritzen. Weck mir den scheiß Grab. Geh mal diese Junkies, ey. Weck mir die Dinger. Hast du schon gespritzt, David? Willst du schon gehen? Hab ich gerade gemacht. Okay. Ich bin auch ohne Spritze sicher. Hier ist es zumindest kein Monster. Abgesinft. In der Hütter. Ja. Oh cool. Ja. Oh, Svenni. Oh, süßi. Erinnert mich so ein bisschen. Der hat mich erinnert. Der, der sieht so vom Design so ein bisschen aus wie, ähm. Oh, wie ist die, wie ist die Serie? Hm. Da gab es einen Film von. Gute Beschreibung. Ähm. Ah, Kristall. Netflix. Was ist denn das? Kristall, Netflix, hä? Ja, mit den ganzen Geiern. Die Netflix-Serie mit den Geiern. Kristall, Embers. Einfach mit Kristall. Ah, das sagt mir nichts. Ja, das guckt ja nichts, was Gutes. Nee. Ah, Mann. Korbos. Korbos. Nee, so ließ das nicht. Nein, Korbos. So ist... Großes Rutz. Mann. Nächster Hinweis. Kuprus-Mutz. Schüsse-Krematorium. Da sind Doggos? Ja, ich geh aber wieder da hinten rum, ne? Also wo wir hier gerade gestohlen sind. Naja. Micha Schüsse? Weil das die sichere Route ist. Ja, ja. Sicher Schmicher. Ich hab Sven dabei. Der macht das. Oh Gott, ey. Jetzt sag Sven da, und dann mach Sven da. Dann fertig ist. Haha. Ja, ja. Ja, Sven. Lass du. Vielleicht beweist du dich wieder. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaub so, wenn wir am Freitag wieder Hand spielen... Ja. Warte mal. Wo geht ihr hin? Geht ihr Krematorium oder wie? Äh. Wir sind in der Mitte von beiden Orten. Wir müssen so laufen. Die ganze Zeit über Wasser ist scheiße. Ja, ja. Okay. Ich wollte jetzt gucken, wo der Hinweis ist. Aber der Hinweis scheint auf der anderen Seite zu sein. Gib Prost. Und schon sind wir beide damit. Scheint auf der anderen Seite zu sein. Mhm. Außerdem hab ich kurz Schüsse gehört. In dem weißen Haus da hinten. In welchem weißen Haus? Ja, das weiße... Ja, genau. Da hast du... Da ist der Hinweis. Hier ist der... Hier ist der Batscher. Böses Huhn. Ja, da hoch. Schnell. Sven macht das, ne? Sven. Komm her. Ne, du regelst das jetzt. Ich glaub der Batscher regelt. Meinst du? Ja. Der Quick... Das Kind hier ist immer so creepy. Ich muss unbedingt wieder das Aimen lernen. Hm. Ja, mit den... mit den... mit den... Zielwaffen kann ich's ja. Aber... Also... Der Ausgang ist ja direkt da. Das ist ja komplett wild. Wenn der... Wenn der Ort gewinnt, der hat gewonnen. Ja. Also da hinten war auf jeden Fall noch keiner. Also... So, Punkte geholt. Wie sie snackt. Okay. Geh wieder nach oben. Fallen oder so? Ne. Lampen. Ich würde ehrlich gesagt darüber gehen. Damit wir mal ein paar mehr Positionen haben. Mhm. Da oben sind halt nur Lampen, ey. Hm. Also dann haben wir ein paar mehr Positionen abgeaimt. Ja. Stacheldraht. Es ist time to shine. Außerdem ist hier auch noch ein Spawnpunkt, ne? Hm. Kann man auch bedenken. Und auf der anderen Seite genauso. Ja. Aber hier wurde halt noch nix gemacht, ne? Also theoretisch ist er glaub ich kein gespawnt. Ja, aber das ist ja richtig wild, Alter. Weil... Das Ding war ja halt noch so. Die... Ja, aber... Man geht ja nicht hier hin und sagt, okay, das ist er Batscher. Und nimmt man nicht mal die, äh... Dinge hier mit, weißt du? Ah. Das ist schon komisch. Gibt's hier noch ne Leiter hoch? Ne, ne? Ne, glaub nicht. Gibt's alles ab? Die einzige Leiter, die ich hier sehe, ist noch die hier, aber da kommt er nicht hoch. Da kommt er nur auf die Ebene, wo der Batscher jetzt rum, rumgammelt. Da... Die Leiter hier meine ich. Ah, okay. Aber die kann ich ja sonst auch ruhig verballrikadieren. Weißt du alles... Okay, wie kommst du jetzt wieder hoch? Außen rumlaufen. Und Sven vorbei. Okay. Muss ich ein bisschen länger im Weg gehen, aber ist dann so. Bei mir kommst du nicht vorbei. Ah doch, Sven. Ich kenn dich. Gut. Dann ist klar, dann warten wir mal wieder. Ja. Ich halte den Raum noch mal ready. Ich mach noch das andere Tor zu. Ja, mach das mal. Das Haupttor. Ja, ja. Alles gut, Diggers. Ja, willst du auch noch? Von mir. Und du auch. Ja? Warum man jetzt noch einmal vier Verband für Sven? Drei Mal für Sven, einmal für dich. Wow. Oh, jetzt weiß ich auch, was die Prozentanzeige unten längst ist. Was denn? Verstellen. Ja, ich hab's euch gerade erklärt, als wir noch im Spiel waren. Ich war nicht da. Hä, doch. Ach, der hat... Ja. Ja, aber ich war da gar nicht da. Ja, ich hab von den Kisten erzählt. Ja, von diesem, den man sich kaufen kann mit dem Blutdingern. Genau. Ah, ja, ja. Okay. Der Erfahrungsboot, damit man mehr kriegt. Genau, richtig. Sven hat wieder ausgelöst den. Der Weltmeister. Mhm. Es gibt schon wieder aus, Sven da drin. Ja. Sven hat wieder ein wildes Kanickel. Ja, 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 ja. Läuft er hier einfach durch, durch mein Flur. Dein Flur, wo du da wohnen würdest du dann... Oh, Mann. So. Bin wieder meiner Posi. Jetzt wird's wild. Komm so viele Lampen, so viel Feuer, und das macht ihm einfach gar nichts aus. Einfach unnütz. Zwei Schwammbomben. Wehe, ich hab's nicht verwenden. Geht man davon aus, dass du verwenden kannst. Sven, darf ich die mal kurz mit dir testen? Ob die auch gehen? Was willst du denn testen? Schwammbomben. Spieler kommen. Von da. Zwei, auf jeden Fall. Okay. Ja, Sven, also... Ja, Sven, also... Ich hab zwei gesehen. Kann sagen, dass ich den ersten nicht mitbekommen hab. Die schießen über den Hoffen. Naja. Sven, die werden zuerst zu dir kommen. Glaub ich auch. Ja, laufen wir jetzt da rum. Durch mein Fenster kann ich doch schießen, oder? Zwei, zwei. Ja, ja. Okay. Okay, zwei, ja. Wir sind ziemlich nah hintereinander gewesen. Also, Yannick, die könnten jetzt vorhin hinter dir kommen. Naja. Komm, lauf rein. Ich hör's doch. Habum. Das mein ich nicht. Das mein ich. Okay, so gerade in dem weißen Gebäude. Okay. Sie sind also beim Hinweis... Stacheldraht reingelaufen. Genau. Okay, dann komm ich jetzt zum Stück rüber. Denk dran, Leitern sind schlecht. Da hab ich... Da ist. Ich will eigentlich nur die... Ach so, ja, die Leiter ist ja auch... Okay, warte mal. Da muss ich hier drüber kommen, dass es zulassen ist. Ja, sind immer noch im weißen Haus. Komm jetzt. Zu mir. Okay. Sind oben. Okay. Dann ist es mir jetzt auch wurscht. Okay, schwit. Shit. Shit me on. Mit den Pens. Sven, ich komm. Okay. Ich hab einen getroffen. Nice. Ah, der Verdum. Ist das nur zwei oder drei? Zwei. Drei. Drei. Doch, drei? Okay. Cool. Ein beiden führt mir. Ja, drei. Zwei Dullis, einer mit... Zwei, äh... Stufe zwei. Okay. Wow. Wow. Ich glaub ich hab den einen Daumen geschossen, bin mir nicht sicher. Ja. Wir können ja wieder aufheben. Er hat sich hochgehalten. Nein, ein Dulli hat mich erschossen. Hm. Verlassen. Hm. Weiß, weißer Dulli. Weißer Dutt. Ja, ja. Ich geh jetzt zu meiner Leitung. Ja. Ja, ja, so unter meiner Leitung. Da kannst du wieder direkt runterschießen. Einer ist down. Einer kommt jetzt von rechts. Der andere ist links von dir. Der andere ist nach rechts von dir. Hm. Jetzt bewegen sich beide in die Richtung. Ja. Das war der zweite Dulli. Hm. Sehr schön erwischt. Der brennt jetzt. Du hast den Hit bekommen, ne? Der, der stand da an der Bombe auf jeden Fall. Hm. Wär voll geil, wenn der da, wenn der da hoch geht, ne? Da ist links immer noch. Geht jetzt durch Wasser rechts. Drückt weiter. Er ist jetzt wieder da hinten, ja. Genau, da bist du. Sven. Ja. Geh mal bitte runter. Warte. Achte mal aufs weiße Haus, Sven, bitte. Ja, oder aufs weiße Haus achten. Was da? Naja, du weißt Haus. Einfach dieses weiße Gebäude, was da oben drauf. Ich würde ihn abhängen. Der läuft weiter, der läuft weiter rechts rum. Warte, willst du mich nicht erst holen? Ich bin tot. Okay. Mehr dran. 38 Meter entfernt. Kopfschuss. Okay, dann... Bis am weißen Haus. Rauner Mantel. Rauner Mantel. Ja, ja, genau. Das ist der letzte. Ja, ja, ne, du kannst dich entscheiden. Läuft weiter links. Steht vor dir ungefähr. Jetzt ungefähr in meiner Leiche. Mhm. Es sind doch wieder zwei. Einen hat er aufgehoben. Mhm. Dann bleibt mal bei euren Leichen. Okay. Damit... Ja, das halt, wenn die bei euch sind. Ist jetzt bei mir. Ist jetzt direkt bei mir. Mhm. Zwei Stück. Ja. Zwei Stück direkt bei mir. Hau rein, Alter. Bitte geh doch mal da hoch. Dankeschön. War eine Stunde halt. Ja, ja. Danke fürs reinlaufen, Digga. Okay. Jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder der Letzte. Ah, kacke. Ja, der ist rechts von dir. Naja. Nachladen. Oh. Also an meiner Leiche kann er jetzt nicht mehr sein. Ja. Da. Ah, ja. Läuft jetzt nicht. Ah, Mann. Fick dich. Ja. Ja, wird schwierig jetzt. Mit denen ein bisschen weiter runter zielen. Ja. Ja. Halt das Maul. Entschuldigung. Was? Für Backseat Gaming habe ich jetzt keine Zeit. Ah, so. Nice. Oh. So. Sorry, aber ich... Entsehende in der Situation. Brauche ich Ruhe. Ah, Mann. So. So. Jetzt nicht sterben beim runterfallen. So, für Karma. Oh, Mann. Ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Entschuldigung. Ja, sorry auch. So. Lootet. Ich brauche kurz Berührung. Ja, ich würde die jetzt noch nicht looten. Bin ich ganz ehrlich. Na, wegen den Punkten meinst du? Naja, wegen den Punkten. Ja. Oh, Mann ey. Alle drei haben einen Ort. Sehr schön. Nass werden. Wie geht's? Gut. Wenn du wegen dem Müll jetzt ankommen willst. Ich habe den nicht in die Lage lassen. Weil ich weiß, dass es weg ist. Ach, scheiße. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Was hast du getan? Ich bin... Ich will die Stachel gerade hochgeklemmert. Okay. Oh. Aber geil wie sie alles hier aufgemacht haben. Nett von denen. Ich habe nichts gelootet, Leute. Das ist alles. So. Da waren es jetzt... Ein Team haben wir schon. Wir sind unser Zweite. Team 3 ist an der Spinne. Trittisch. Heilung. Sven, such mal Heilung. Ja, warte. Hey Yannick, hier oben war doch was, oder? Ja, hab ich schon benutzt. Den da oben habe ich schon benutzt. Direkt nach dem ersten Treffen. Verlassen. Ja. Ich lasse mal den Stapel da, wo er ist. Ja. Okay, also. Wir haben jetzt. Team 3 haben wir hier. Team 2 ist oben bei der Spinne, ne? Mhm. Der Bounty gerade. Wir müssen halt jetzt gucken, wie sich 2 bewegt. Das wäre... Das wird jetzt... Wichtig. Aber theoretisch können wir auch den Butcher von hier oben machen. Kein... Ach, kein Medikettel. Ja. Da guckst du, du Scheiße, ey. Aber gut gemacht. Boah. Grand Falcon, Alter. Ja. Balouf. Der Bär. Dalu war es nicht, ne? Nee, kein Dalu-Card. Ach, den kannst du auch noch benutzen. Ach, hier war noch ein zweites. Ah, okay. Ich habe den hier oben benutzt. Die bleiben stehen an der Stelle. Das heißt, noch ein Team ist da oben auf jeden Fall. Okay. Sind wir bei vier. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt kurz noch abwarten, dann wissen die nicht, dass das hier ist und die laufen weg. Äh... Bewegen sich. Ja, aktuell nach oben links Fisch haben könnte es sein. Oder die laufen zu unserem Ausgang und wir werden uns verarschen. Was? Sven? Entschuldige. Darf ich einmal achsen? Ja, hau raus. Nee, hau rein heißt das doch. Hol ihn raus, dann nags. Sveni. Noch sind sie ziemlich westlich. Noch nix oben oder unten. Sveni. 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 Lalalala. Na, ich gebe dir jetzt eine mit. Ja, komm. Gib mir. Los. Okay. Jetzt ich. Oh, schade. Lebe. Ja. Die laufen runter. Schwabenbombe. Die laufen an unsere. Die laufen an unsere. Okay. Bereit halten Leute. Unten sind noch Bären fallen. Dann nehm ich die. Partier ich die noch n bisschen. Also wollen wir die Butcher erstmal lassen. Ja. Ja. Okay. Weil wir sehen die ja sowieso. Das heißt wir gehen auf Double, ne? Mhm. Das positive ist, wenn die runter laufen dürfen, die auch nicht mehr so viele Sekunden haben. Das sollte halt so ein. Dann sollten wir aber von Butcher weggehen. Na. Weiß ich nicht. Das ist ja eh schon Action. Ne. Also ich würde da hingehen. Nehm nicht. Fischen. Fischen. Werden jetzt schon wieder weit angedockt. Sven. Vielleicht hätte ich nichts gemacht. Na ja. Hm. Verteilen Sven. Verteilen. Oder gehe ich ins weiße Haus hoch? Gehe ich glaube ich ins weiße Haus hoch. So. Ja. Noch sind sie an den Docks. Noch kommen sie nicht viel näher. Was. Ab wann fängt denn unser Gebiet an? Das sieht man leider nicht mehr. Hm. Kann ich dir ungefähr sagen. Krematorium und so. Aber Docks glaube ich nicht. Hm. Doch. Docks waren mit drin. Ja. Ja. Docks. Gräber. Äh. Äh. Sun. Dann Krematorium. Heilig Wasser. Schlachthaus. Hätte drauf zu gehen. Hm. Eine Falle habe ich noch. Ja. Also das macht du ungefähr die Hälfte. Wir gehen dann nach Krematorium. Bis da taust du oben. Okay. Dann gehe ich bei dem anderen hoch. Und dann gehen wir so Richtung uns. Ja. Dann können wir uns dann nicht trainieren. Hm. Da auch warte ich. Oder die haben schon ein Team getötet. Das kann auch sein. Naja. Dass sie sich so sicher sind weißt du. Kann ich mal fragen. Ich geschossen? Na ja David. Das war ich. Achso. Da liegt wieder eine Waffe drin. Der Windfield. Wer Bock drauf hat. Hm. Ne normale? Ne normale Windfield. Yeah. Windfield M1863. Da können wir gleich einen kostenlosen Jäger holen. Danke. Ja komm. Richtig. Krematorium runter. Wenn wir die jetzt weg machen. Dann brauchst du das nicht mehr. Also die füllen jetzt gerade ihre Munition auf. Ja. Noch ein Versorgungsflug mit dem. Schöne Schwammbombe. Ach. Da kommt der Alo ey. Wöchentliche Herausforderung. Erschießt die 30 Emulatoren. Ja. Mach mal schnell. Viel Spaß. Emulatoren. Krass. Ja. Erstmal. Erstmal eine Dendo Emulator installieren. Und das schießen. Kommt der Alo jetzt leider. Wir machen das taktisch erzählen. Danke Sven. Was denn? In deinem Haus ist eine Bärenfalle im Übrigen. Nicht reinlaufen. Nein Sven? Ja. Nicht reinlaufen. Weil wegen Bärenfalle. Genau. Hier ist an der Tür. Wo liegt die denn? An der Tür. Linke Tür. Ah ok. Guck mich genau an. Genau. Hm. Wenn sie den Weg nehmen, kann ich sie wieder vorsehen. Ja. Deto. Ich kann sie von hier aus auch sehen. Hm. Also wenn sie da reinkommen wollen ohne Sound zu machen laufen, sind sie in einem Bärenfall im Zweifelsfall. Also sie müssen engen Sound machen in der Regel. Ja. Also ohne dass wir es mitbekommen ist schwierig für die. Ich schau gerade in den Lauf von der Windfield. Ah wir machen auch schon von sich aus Sound. Ja schön ankündigen. Finde ich nett. Ja sind fast da. Ja. Weißt du. Es wäre voll scheiße wenn die einfach wegrennen vor anderen oder so vor Team 5 oder so. Nee Team 4. Nee 4. Naja. Bin auch im Zweier im Modus gerade vorm Kopf. Bringt die jetzt wieder nach oben? Die machen gerade ne Welle. Die machen gerade ne Welle. Haben gesehen. Nee das sind welche. Nee dann nicht. Hast Angst da hallo? Ha. Schlesenböck. Ha. Ha. Ansage Video. Wir bleiben gerade an einem Sputz stehen. An dem Häuschen. Mhm. Wissen nicht bescheiden. Kann auch sein dass da noch ein Team ist. Ja. Ja. Wer spielt der denn heute? Ich glaub Pia und Gipi oder? Kann nicht. Dann müsse ich es sein. Ja. 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 Ich glaub wenn wir jetzt den Watschau machen würden wir so unterkommen. Ja. 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 Sven check das mal ab. Ja klar. Ich hab ihn mal hin. Ja. 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 Ich hab ihn bei mir noch nen Salat stehen. Aber. Was da drin ist. Was so mit Hähnchen und so. Mach ich mir nachher nen Rap draus. Boah. Gute Idee. Geile Idee auf jeden Fall. Ja. Ich muss ab meinem Schatz sage ich auch was trocken demnächst über Raps zu machen. Das auch Raps zum Braten oder so für Backofen? Wie magst du die lieber? Mhm. Backofen. Das bin ich ganz ehrlich. Mhm. Kurz aufgebacken oder so in der Mikrowelle halt. Na. Versteh ich. Bei Raps ist halt immer der Doofe. Die machen die Welle nach unten wieder. Sven. Guck nach. Bist du bestimmt da? Hab Bock. Ne. Der macht die Spinne. Da löst es nicht? Ne. Ok. Ok. Dann ist egal. Dann gehören die nix. Hier gehts nicht hin. So. Hater. Ja die kommen jetzt. Verdammt. Abschreckung war das doch. Die laufen gerade über die Brücke. Mann. Ich hab euch abgeschreckt. Habt Angst. Sind jetzt gerade wieder Sümpfe. Ich glaube in den Sümpfen ist es nicht dran. Sieht man? Du bist ja gerade eben hochgelaufen in die Stacheldraht ne? Bei der Leiter David. Ja. Kann man dann von unten sehen, dass da Stacheldraht ist? Ne. Also wenn du direkt da drunter bist. Okay. Klingt eigentlich ganz gut. Das ist ja richtig zwei gute Fallen noch. Die dritte ist halt schon weg. Ich müsste die theoretisch jetzt sehen können dann. Schönen Norden. Schönen Norden. Schönen Nullen ne? Ja haben gerade die Raben da aufgestreckt. Okay. Ja sind jetzt da an der Hütte. Schönen Norden. Schönen Norden. Ach. Lass da Sven. Du machst die gleich. Die machst richtig fertig. Drei Leute. Einer mit weiß. Zwei mit braun. Okay. Wer siehst du Sven? Zwei haben denselben Skin wie ich da meiner Meinung nach sogar. Na Sven mach die weg. Sven mach die also Triple. Die müssten jetzt gleich da vorne raus kommen. Bei den Häuschen ne? Ja sind jetzt da. Also zwei mit braunem Mantelhut Okay Einerhut weißes Oberteil Das werden die Regeln Ich glaube an dich sein Ich nicht Du bist wild Wir fallen dir gleich an Ganz schlechter Was willst du dumm? Was? Ja Nee, das weiß ich vollkommen aus Du brauchst eigentlich nur eine Dose Passiert, eine Dose gehackt Zweite ist einfach nur für den Fall Falls wir mal oben noch was essen wollen Ich glaube, ich habe wieder nach oben Verloren Hä, haben wir Angst? David? Ich glaube schon Ja, die laufen nach oben Die laufen wieder zur Hütte Sind gerade wieder in der Hütte Laufen nach links Okay, was ist der Plan? Laufen jetzt wieder weiter nach oben Habt ihr geschossen? Das war ich, ja Hab eingetroffen Auf die Entfernung, Alter Nice Ja, und jetzt habe ich sie verloren Ja, und jetzt habe ich sie verloren Rennen weiter Bleiben aber kurz stehen Ja, jetzt laufen sie auch wieder weiter Laufen weiter Da trennen sich jetzt sogar What the fuck? Geil, das wird jetzt Drennen sich komplett auf Wie mache ich das jetzt? Die müssen sich ziemlich safe sein, dass die alleine sind, weißt du? Ja, aber kann ja gar nicht Ich meine, wir haben das Ja, aber die müssen sich sicher sein, dass sie ein Team eliminiert haben und die anderen Teams auch Entweder sie gegenseitig eliminiert haben oder Was theoretisch funktioniert Mhm Oder Das ein Team hier wartet Also beim Badger Ja Sven, kannst du mal die Bärenfalle auslösen? Also Daufe Kann ich auch machen Alles gut Ja Laufen auf jeden Fall weiter nach oben Also wir können den Badger machen Ja, okay Wollen wir die safe Safe Variante oder Nahkampf Variante gehen? Ich werde safe machen, ich habe schon gelitten Okay Und dann Von hier oben rein Mhm So, 50-50 Leute Okay Wow, geil Wollte auch Reload kicken Mhm Sven, du achtest auf die beiden Auf die drei Ja Einfach auf die Map achten Sehr gut Sven Ja Sehr gut Ich sage doch 50-50 Leute Ich wusste Ich wusste Sven nimmt nicht die logische Tür Sven nimmt das Fenster War mir so klar Sind beim Ausgang Ah, okay War der Badger grad da noch? Ja Ja Ein bisschen Nahkampf muss sein Gehst du Nahkampf? Ja 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 gut Dann gehe ich auch Nahkampf Ich habe einen Hammer Batschee 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 Wir haben große Streamers Batschee So, lass uns Please kill dich Oh, du kannst dich mit dem Hammer zurück schleudern Ist ja krass Aha Jetzt nach hinten da Smokies Hä? Sven, hast du aufgehoben? Hä? Ich habe geschossen Hä? Aber warum haben wir einen Boom bekommen? Oh! Aua! Feuer heiß Leute Keine Ahnung Ja, voll heiß, ich genauso Sie sind noch nicht abgekommen Ja, die warten gerade Ja, die werden gleich extrahieren Ja Ja Der Grand Falcon ey Du fühlst dich auch verarscht ey Werf mal Dynamit rein Obwohl macht so gar keinen Sinn Stun und dann Dynamit Easy Verziehen Wer wird die Mitte Dynamit? Achtung Sven Ja Ich sagte doch Achtung Ich habe die Reichweite ein bisschen unterschätzt Hehehehe 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 Wirklich, das war noch ein Ein Leben hatte ich noch Also wirklich so einen kleinen roten Strich noch Hehehe Hätte Minuspunkte gegeben für mich Sven Ich werde das Spiel mit dem Bachelor verstecken Schau mal Schau mal Schau mal Kopf ist ab Hehehe Ich glaube der ist jetzt pisst Ich glaube der ist jetzt pisst Oh Glaub auf Oh Und down Nummer 3 Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Jetzt könnte er verbannen Und jetzt könnte er verbannen Die YouTube Fans was sagen Ich bin einfach maximal verwirrt Schweine Kopf Schweine Kopf Warum brennt es hier? Leute ich habe den Schweine Kopf delitet Damit konnte man auf Fußball spielen vorher Der war wild Sven Ja ich will die Jäger plündern Aua Aua Niemanns dann 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 Ruh und Frieden Ciao Ruh und Frieden Jung Hehehehe 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 Das Ende des Problems ist Nicht ich tanze Sondern du Du wirst tanzen Du wirst tanzen Weißt du eigentlich ist es 500 Minus EP gibt Wenn du mich jetzt so test Ich Wow Lass bitte Team 4 noch kommen Hehehehe Weißt du dann steht wieder ohne Munition Hehehehe Hehehehe Ich nicht Hehehehe Ich nicht Hallo Gibt es keine Emotion im Game? Hehehehe Ich guck dich an Hehehehe So tanzen oder so auf F Hehehehe 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 Sven hör jetzt auf Sven hör jetzt auf So Seht ihr Hallo? Ja Cool ne? Hallo? Ne Ich will schon die mitnehmen Der dritte war oben Der dritte war oben Der dritte war oben Nice Der dritte war oben Warum muss ich das machen? Ich hab die Arbeit gemacht Ich hab die Arbeit gemacht Hehehehe Du schmeckst nur die ganze Zeit meine Granaten Mehr hast du nicht gemacht Aber David killt mich gleich Das stimmt gar nicht David ist ein Diva Ne würde ich nicht machen Erzähl schon Die Minuspunkte halten David davon ab Hehehehe Hehehe Das ist halt echt so Bam Ich hab keinen gesehen Wolltest du nochmal überprüfen? Mhm Nö Wir können uns verfissen Come on Heif Hit Komm Heif krieg ich noch Schade Zeit macht die Heif noch da Masse Dann nicht Geh, geh Leute Geh, geh War gut Geh, geh War nice Jetzt können wir auch wieder besitzen Wir sind wieder gewappt für Russland Zwei Runden miteinander gewonnen Lass ich ums Ja, easy Geil Ja, Sieger Boah, da muss man demnächst vieles anderes machen Hehehe Hehehe Nein, muss ich doch Aufstocken auf vier Videos pro Woche ist gar nicht so schlecht Hehehe Ja, echt Ist das nicht so schlecht? Ne Was denn jetzt mit Hand Dann morgen noch Velo Dann für ein 13-0 Müssen wir auch hochladen Könnte sogar echt ein 13-0 werden Mit ganz viel Glück Hey, morgen Sven jettet sich durch, ja Das wird easy Fünf Jäger gekillt Leute Easy Snack Hehehe Wow Das sind Punkte Ahhhh Und Kat will Teilmantel Munition bekommen Das sind juegos Teilmantel Kast Das ist Was You Das ist Pas Willkommen.